Das ist in der U-Bahn. Ich weiß nicht, was die jetzt macht, wenn ein Zug kommt. Das ist in der Nacht in der Ruhe. Ich weiß nicht, was ist. Also Menschenscheu ist die glaube ich nicht, sonst wäre ich schon weg. Wenn man so einen Halt, dann würde ich mir, sonst wäre es nicht mehr, sonst wäre es nicht mehr, sonst wäre es nicht mehr. Wenn man so einen Halt, dann würde ich mir, da sind die Halt, dann würde ich mir das. Wo ist noch einer? Wo ist noch einer? Max, rette sie! Vielen Dank!